Bitcoin ist unter die 20.000 US-Dollar-Marke runtergefallen, also dem alten Allzeithoch aus Ende 2017 und wir sind zwischenzeitlich jetzt hier auf unter 19.000 US-Dollar runtergefallen und das gab es bis jetzt noch nie, dass wir das Hoch vom alten Zyklus nochmal unterboten haben. Kann es sogar sein, dass wir unter die 14.000 US-Dollar nochmal runterfallen, weil da auch vor allem die Celsius-Liquidierung aktuell liegen, darüber werden wir gleich sprechen. Wir sehen aber auch auf breiter Front eine große Kapitulation aktuell, egal ob es der Bitcoin-Spot-ETF aus Kanada ist, egal ob es die Miner sind oder auch anhand der Stablecoins. Das werden wir uns gleich mal gemeinsam anschauen, wie da jetzt die Daten aussehen. Es gibt aber auch immer mehr Daten, die für einen überverkauften Markt sprechen, das ist ja glaube ich auch ganz klar, also die für einen Boden sprechen. Auch die werde ich euch nochmal zur Vollständigkeit einmal aufzeigen, welche Daten das sind und wie man das Ganze vor allem auch vergleichen kann mit der Historie. Es wird also spannend, falls ihr dieses Video gefällt, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir wie immer mit der kurzen Marktübersicht. Ich habe jetzt mal die Kamera ausgeschaltet, weil bei den heutigen Temperaturen und den Lichtern wird das hier wie eine Sauna und das möchte ich mir nicht antun und auch vor allem euch den Anblick ersparen, aber ich glaube die Informationen kommen auch so bei euch an. Bitcoin wie gesagt aktuell bei 19.200 US-Dollar. Ethereum hat auch hier die 1.000 US-Dollar Marke, die wichtige psychologische Marke unterboten, liegt jetzt genau bei 1.000 US-Dollar knapp 7% im Minus. Der gesamte Markt natürlich auch im Abwärtstrend, auch die Altcoins werden jetzt hier mit runtergezogen. Die Bitcoin-Dominanz ist wieder weiter gefallen, inzwischen sind wir bei 43,3%. Das liegt auch vor allem an der Tatsache, dass die Stablecoins immer noch natürlich da sind. Die werden auch kleiner, das werden wir uns auch anhand einer Grafik mal näher anschauen. Nichtsdestotrotz hier, wenn man mal die Top 6 sich anschaut, sind drei davon Stablecoins und die bleiben natürlich, was die Marktkapitalisierung angeht, viel stabiler als der gesamte Markt und dadurch alleine sinkt auch die Bitcoin-Dominanz. Es ist jetzt nicht so, dass die Altcoins jetzt hier Bitcoin outperformen würden. Die traditionellen Märkte sind ja zu und auch am Montag werden die US-Börsen geschlossen bleiben, weil es einen Feiertag gibt, also jetzt die nächsten zweieinhalb Tage noch mal weniger Liquidität. Aber mal historisch betrachtet, wie sieht die Performance von so einem klassischen Portfolio auf dem traditionellen Markt aus? Das 60-40-Portfolio mit 60% Aktien, 40% Anleihen. Und das ist die zweitschlechteste Phase. Seit den 70ern, nur 2008 in der Finanzkrise war die Performance noch schlechter. Und das zeigt noch mal sehr schön auf, wie unter Stress der Markt, vor allem auch der traditionelle Markt, auch hier steht. Und auch Goldman Sachs sagt hier, dass wir in dieser Woche die zweitgrößte Aktivität, was Short-Position angeht, gesehen haben auf den traditionellen Märkten. Wahrscheinlich die größte Aktivität auch die Finanzkrise 2008 gewesen. Aber da sieht man ganz klar, wie extrem der Markt gerade unterwegs ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur im Kryptomarkt ist, da liest man immer wieder solche Kommentare, ja, Bitcoin ist ein Scam und das war ja alles nichts dahinter. Vor allem von Neueinsteigern, die sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Auch da auf den traditionellen Märkten natürlich extreme Situationen, die wir gerade erleben. Kommen wir jetzt aber mal zu den Daten aus dem Bitcoin- und Kryptomarkt. Wir haben ja vor fünf Tagen noch den größten Inflow beim Bitcoin-Spot-ETF von Purpose gesehen. Damals wurden, damals vor fünf Tagen wurden 9.566 Bitcoins akkumuliert in diesen Spot-ETF eingekauft. Und jetzt erleben wir einfach die größte Auszahlung aus dem Purpose-ETF mit einer Höhe von 24.510 Bitcoin. Das sind aktuell mehr als 400 Millionen US-Dollar. Und das riecht nach Kapitulation. Das muss man ganz klar so sagen, vor allem auch in dieser Größe sieht es danach aus, dass vor allem Vermögensverwalter etc. da das Kapital für ihre Kunden rausziehen. Wahrscheinlich hat das natürlich auch mit der wichtigen 20.000 US-Dollar-Marke zu tun. Also das sieht schon nach Kapitulation aus. Das ist auf jeden Fall eine Kapitulation, die wir jetzt hier gerade sehen. Auch hier nochmal andere Funds wie beispielsweise der 3iQ-ETF oder der QBTC-Fund. Auch da sind jeweils 8.500 Bitcoin und 3.900 Bitcoin rausgeflossen. Also es sieht schon ziemlich heftig aus, wenn man sich auch noch die Miner anschaut. Also nicht nur die Vermögensverwalter oder die privaten Investoren. Auch die Miner stehen jetzt natürlich unter Druck. Die Hashrate immer noch sehr hoch. Die Konkurrenz ist sehr hoch, was das Mining betrifft. Und deswegen müssen sie natürlich umso mehr Bitcoins verkaufen, um die Kosten zu decken. Wir sehen hier vor allem im Vergleich zu April, was wir im Mai erlebt haben. Und da war ja der große Crash sozusagen noch nicht mit eingepreist. Da sehen wir, dass wir jetzt hier fast 4.500 Bitcoin-Netflows aus den Minern hatten. Also die Miner haben 4.411 Bitcoins verkauft im Mai. Und hier muss man auch wissen, dass es sich um die Public Miner handelt, die diese Daten auch rausgeben müssen. Also die Miner, die vielleicht in China noch illegal operieren, die sind hier gar nicht mit einbezogen. Das sind wirklich die, die die Zahlen öffentlich zugänglich machen müssen. Also auch da haben wir weiteren Verkaufsdruck jetzt auch noch zusätzlich bekommen. 140 Millionen US-Dollar, die da knapp verkauft wurden durch die Public Miner. Dass das Geld auch wirklich komplett aus dem Kryptomarkt rausgeht, sehen wir auch anhand der Stablecoins. Ich habe ja eingangs gesagt, die Marktkapitalisierung hält sich noch relativ stabil im Verhältnis zu den Kryptos. Aber was die Stablecoins angeht, ist das auch eine ziemlich extreme Entwicklung, die wir jetzt gerade gesehen haben. Wir hatten ja schon den ersten größeren Rückgang nach dem Lunar-Crash, als einige Leute auch bei diesen zentralisierten Stablecoins ein bisschen Angst bekommen haben, Geld rausgezogen haben. Jetzt sehen wir nochmal 13 Milliarden US-Dollar, die verschwunden sind sozusagen, die rausgezogen worden sind aus den Stablecoins, die redeemed worden sind. 3 Billionen alleine von DAI und da merkt man einfach, es reicht also nicht nur aus, Bitcoin, Kryptos zu verkaufen und dann in Stablecoins liegen zu lassen. Es wird aktiv komplett rausgezogen, weil man es wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle braucht. Vor allem größere Player oder auch Investoren, die auch im traditionellen Markt unterwegs sind, die ziehen dann das Geld komplett raus, schichten es vielleicht in andere Assets rein und wollen dann erstmal nicht zurück in den Kryptomarkt reingehen. Das sieht man jetzt hier an den Stablecoins. Dann sehen wir noch eine interessante Parallele, was den Coinbase Premium Index angeht. Der Coinbase Premium ist einfach die Differenz zwischen dem Coinbase Preis und dem Durchschnitt vom gesamten Markt, von den größten Spotbörsen. Und das hat man ja vor allem früher als Indiz dafür genommen, dass Institutionelle über Coinbase vor allem in den Staaten gekauft haben. Wir hatten immer positive Werte, was das angeht, dass auf Coinbase der Preis ein bisschen höher war und das Institutionelle halt da mit der Nachfrage den Preis hochgetrieben haben. Zuletzt hatten wir 45 Tage am Stück ein negatives Coinbase Premium. Zuletzt war das 2018 der Fall, dass der Premium Index hier 45 Tage am Stück im negativen Bereich war, als die Miner damals kapitulierten. Jetzt aktuell wieder 45 Tage, aber ich würde das eher als Hopium hier bewerten, diesen Post. Also nicht zu überbewerten jetzt aktuell diese Anzeichen, dass wir irgendwann vielleicht einen Boden sehen könnten. Natürlich ist jetzt alles überverkauft. Natürlich sehen wir dadurch viele Anzeichen, dass wir vielleicht überverkauft sind und dass der Boden kommen könnte. Vor allem wenn man das historisch betrachtet, hier auch nochmal Reserve Risk. Das hatten wir auch zuletzt hier bei den Crashs und bei den Tiefs, die wir gesehen haben. Also hier auch der tiefste Wert, den wir hier seit 2015 gesehen haben. Aber auch hier bitte nicht zu überbewerten, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich immer mehr solche Daten bekommen, je weiter es nach unten geht. Aber am Ende des Tages spielen aktuell wirklich ganz andere Faktoren eine Rolle als jetzt damals, wo wir nur auf die On-Chain-Daten und auf die Marktdaten blicken konnten. Jetzt wird es viel wichtiger sein, was passiert mit der Geldpolitik, was passiert mit der geopolitischen Krise. Ich muss sagen, aktuell ist die größte Hoffnung irgendwo, dass es vielleicht da eine diplomatische Lösung gibt. Und dass dann dadurch die Märkte sich irgendwann vielleicht erholen, weil die Inflation geht nicht zurück und es sieht nicht danach aus, dass die Fed jetzt kurzfristig das Ruder nochmal rumreißen wird und nochmal in die andere Richtung gehen möchte. Und deswegen ist weiterhin Druck auf die Märkte angesagt. Wir haben ja in den letzten Tagen über Celsius gesprochen, über Three Arrows Capital. Schaut euch nochmal auch gerne das Video von gestern an, da habe ich nochmal über 3AC alles ausführlich nochmal erklärt, was da die Ausgangslage ist, was für ein Ansteckungseffekt da auch herrschen könnte in den gewissen Bereichen im Kryptomarkt. Auch Bitcoin kann natürlich drunter leiden. Und das sind Meldungen, die auch zusätzlich nochmal diesen Überlebenskampf aktuell aufzeigen. Und das sieht man an allen Ecken und Enden und leider läuft alles auf Pump, habe ich auf Twitter hier auch gepostet. Denn hier Alameda hat nochmal Voyager, einen Broker, Crypto Broker, 485 Millionen US-Dollar geliehen, 200 Millionen in Cash sozusagen und 15.000 Bitcoin. Und sie haben diesen Kredit hier aufgenommen, um die Zahlungsfähigkeit weiterhin zu gewährleisten, sodass auch die Customer, die Nutzer hier weiterhin Zugang zu ihren Assets haben. Aber da läuft natürlich auch dann irgendwann die Gefahr, wenn immer weiter die Kurse fallen und immer mehr Kredite genommen werden, dass das dann irgendwann auch in sich zusammenbricht. Also das ist hier eine ganz klare Geschichte, dass wir das an allen Ecken und Enden sehen. Wir haben ja auch über Celsius, wie gesagt, gesprochen, aktueller Liquidierungspreis 13.600 US-Dollar. Die haben jetzt hier zuletzt nochmal 6,6 Millionen DAI zurückgezahlt, also nochmal ein bisschen Schulden zurückgezahlt. Davor hatten sie ja 19 Millionen und 28 Millionen zurückgezahlt, damit sie hier den Liquidierungspreis drücken. Die Frage wird sein, wie lange und in welcher Höhe können sie das hier noch fortführen, falls die Preise nochmal weiter fallen sollten. Dann könnte es auf jeden Fall gefährlich werden. Wir sehen auch hier solche Berichte, finde ich auch sehr interessant, dass eine kanadische Pensionskasse auch Exposure zu Celsius hat und dass da auch Gelder investiert worden sind, wo auch ebenfalls kein Zugang mehr zu ist. Und auch da merken wir, wie verstrickt alles ist und wie gefährlich gerade wirklich auch alles ist, wenn alles in sich zusammenbrechen sollte, wenn Celsius dann irgendwann tatsächlich pleite gehen sollte. Jetzt gerade halten sie sich vielleicht noch irgendwie über Wasser, da weiß man ja auch nicht genau, was jetzt genau der letzte Stand, der aktuelle Stand ist. Zuletzt hatten sie ja auch jetzt Rechtsbeistand geholt dazu, dass sie da jetzt auch ein bisschen beraten werden, was sie denn mit denen geht. Auch Chart-Technisch sehen wir interessante Entwicklungen, beispielsweise hier das 4-Jahres-Moving-Average und wo die Böden zuletzt waren. Der Chart geht hier bis 2015 und wie lange wir vor allem unter diesem gleitenden Durchschnitt waren. 2015 hier ein Tag, dann nochmal 4 Tage, 2018 sind wir gar nicht darunter gefallen. Hier beim Corona-Crash im März 2020 waren wir 5 Tage drunter und jetzt aktuell sind wir 3 Tage drunter. Aber auch hier, wie gesagt, auch ähnlich zu den On-Chain-Daten etc., ähnliches Muster, also nicht zu überbewerten das Ganze. Auch hier nochmal ein Vergleich zum Crash im März 2020, da haben wir 72% von der Spitze verloren und jetzt aktuell auch. Also sehr stark abverkauft das Ganze und die Frage wird dann natürlich sein, wie tief geht es nach unten? Also das ist aktuell die meistgestellte Frage überhaupt, wo ist der Boden, wo ist der Boden? Und wenn euch irgendjemand sagt, ich weiß, wo der Boden ist, da könnt ihr eigentlich auch schon sicher sein, dass die Person eigentlich nur raten kann. Ich glaube, keiner aktuell kann irgendwie abschätzen, wo der Boden ist. Was man vielleicht eher abschätzen kann, ist, wann der Boden kommt. Also wie tief es weiter runtergehen kann, kann glaube ich keiner, wie gesagt, abschätzen, weil man einfach auch nicht weiß, wie tief es noch für die traditionellen Märkte geht. Und die wichtigen Faktoren habe ich ja in den letzten Wochen immer wieder euch gesagt, Geldpolitik und auch die geopolitische Krise. Aktuell sieht es halt nicht danach aus, was diese Faktoren angeht, dass sich da eine Entspannung anbahnen würde. Und deswegen nochmal vielleicht eine wichtige Marke, die wir vor uns haben, das lokale Top hier bei knapp unter 14.000 US-Dollar vom Juni 2019. Als wir hier das Tiefjahr gebildet haben, sind wir hier bis auf 14.000 runtergelaufen und hatten dann einen Abwärtstrend, der mit dem Pandemie-Crash endnet sich hier bei unter 4.000 US-Dollar. Das war die Bewegung, die ich euch gerade gezeigt habe mit diesem 72% Minus. Der könnte natürlich dann irgendwann vielleicht zum Support werden und interessanterweise liegt der aktuelle Liquidierungspreis von Celsius auch in diesem Bereich. Aber wie gesagt, Celsius könnte theoretisch noch den Liquidierungspreis weiter runterdrücken. Und dann wird es natürlich spannend sein, wenn wir hier runterfallen, wie die Situation dann aussieht. Also wir haben ja schon jetzt gesehen, viele Unternehmen bekommen Probleme, viele Länder bekommen Probleme. Und wenn die Kurse jetzt nochmal weiter runtergehen sollten, dann wird das eine Art Teufelskreis. Und es wird immer schlimmer, weil es einfach an allen Ecken an Geld fehlt. Das werden wir einfach weiter beobachten müssen, wie sich da die Situation weiterentwickelt. Da haltet ihr euch natürlich auf dem Laufenden. Klar, irgendwann wird es auch die Gegenbewegung geben. Genauso wie ich im Bullenmarkt hier immer gesagt habe, Leute, habt den Blick nach unten. Vergisst nicht, dass wir irgendwann auch wieder korrigieren werden. Und wo alle eigentlich schon die 100.000 sicher gesehen haben. Es ist genauso jetzt das gleiche Spiel, wo alle sagen, der fällt auf jeden Fall auf 10.000. Viele sagen ja auch, der geht 100% auf vierstellig runter. Auch der Hinweis hier, es wird auch irgendwann wieder eine Gegenbewegung geben. Ob das nachhaltiger Trendwechsel ist, das werden wir uns dann anschauen. Aber natürlich lohnen sich gerade Short-Positionen viel mehr, als jetzt irgendwie Long-Positionen auf den Future-Märkten aufzubauen etc. Das ist ganz klar. Aber seid da vorsichtig. Die Gegenbewegung wird kommen und je stärker es runter geht, desto stärker wird dann auch irgendwann die Gegenbewegung. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lass gerne hier noch einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr. Abonnier auch den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du die wichtigsten Entwicklungen hier im Bitcoin und Kryptomarkt nicht mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.